Angesichts der Lage im Ukraine-Konflikt ruft die Bundesregierung Deutsche zur sofortigen Ausreise aus der Ukraine auf. Deutsche in dem Land sollten prüfen, ob ihre Anwesenheit unbedingt erforderlich sei und andernfalls kurzfristig ausreisen, erklärte das Auswärtige Amt in einer Reisewarnung. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten zugenommen, eine militärische Eskalation sei nicht auszuschließen, hieß es zur Begründung. Angesichts eines zunehmenden russischen Truppenaufmarsches nahe der ukrainischen Grenze stellt sich der Westen verstärkt auf einen Einmarsch Russlands in das Nachbarland ein. Die US-Regierung sprach von einer sehr eindeutigen Möglichkeit einer bevorstehenden Invasion. Diese könne noch während der bis zum kommenden Wochenende laufenden olympischen Winterspiele beginnen.